Einen schmalen Stand und dann einmal abstoßen. Also es geht, wenn ihr das könnt und wollt, also der Rücken bleibt gestreckt und streckt sich zum Himmel. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr die Hacken abheben lassen. Die Hände bewegen sich so, als ob ihr euch von einer imaginären Tischplatte abstoßt. Sieben mal ungefähr. Einmal noch, ich glaube dann habe ich acht. Und dann wackele ich auch noch, weil ich zu weit nach oben gekommen bin. Und wieder aufkommen und abschließen. Ich glaube, den machen wir nächste Woche nochmal.